Seid gegrüßt, der GGG möchte kurz etwas loswerden. Wer von euch denkt, dass Daumen hoch oder Klicks auf YouTube immer die Wahrheit sagen, der sollte sich folgende Fragen stellen. Wie viele Bots gibt es auf YouTube und wie viele Kanäle lassen sich damit pushen? Also, geht selbst raus und forscht nach und ihr werdet sehen, Bots sind nichts Unmögliches. Adios.